Willst du dein Denkmal setzen? Du bist ein Erwärmlicher Psychopath, der nach Aufmerksamkeit bettelt. Du stirbst einsam und allein in Arke. Du bist ein Niemand. Nein! Also so sollte das aber nicht ablaufen! Nein! Ich hatte doch alles geplant! Hier wären wir sicher gewesen! Wir hätten uns alles zusammen ansehen können! Was ansehen? Einfach alles!